und dann nicht mehr greift ja gut da beim Getreidefeld haben wir ja echt immer das Problem kaum Samen hatten dann müssen wir mal kurz hineingehen und äh wo was, hier? ja da haben die Samen nicht mehr gereicht ja dann müssen wir halt dann mal bisschen den sauereren Apfel, Apfelweiß und die ganzen Samen immer wieder her tun und nochmal ansetzen da haben wir halt auch noch einfach noch fast nichts an Samen oder fast nichts mehr ja, jetzt schaut es schon besser aus hm gut dann gehen wir mal dahinter dann gehen wir mal hierher und da haben wir mal wieder aber aber und wir gehen hier rum da mache ich die Nieferwarzen auch gleich mit Nieferwarzen, Kakao, was noch? Zucker oder Zucker war? ja gut, da haben wir genug da haben wir genug das lassen wir jetzt mal außen vor aber nie, Kakao haben wir auch genug mal aber die Nieferwarzen machen wir jetzt auf jeden Fall noch so, Nieferwarzen aber wenigstens schön zuschauen wie sie, wie sie, wie sie auch immer alles kommt runter kommt, runter geschwemmt kommt ja schaut doch gut aus machen wir mal wieder aus das westliche Zeug sammle ich eh ein, wenn ich oben rumlaufe machen wir erstmal oben das einzige was mich an dem Seelensand so stört ist dass man hier einfach nicht so schnell laufen alter ist der Ding schnell gewachsen nicht so schnell laufen kann drauf ja hier am Fenster da spielt es bleibt auch immer ein wenig was hängen da bleibt auch immer ein wenig was hängen irgendwie das will nicht immer gut ich stehe richtig zack zack da braucht man es auch nicht einsortieren das macht dann alles der Trichter das ist im Trichter drin da kommt ja noch einiges angespült in den Trichter ok 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 da kommt echt einiges noch angespült jetzt hat sich doch ganz schön gelohnt eigentlich so ähm ich würde sagen wir machen jetzt mal einen kleinen Cut wir sehen uns in der nächsten Aufnahme wieder ich gehe noch ans Häuschen zurück und dann sage ich auch schon Tschüssi wir sehen uns so meine Freunde und da sind wir auch schon mal wieder die nächste kleine Aufnahmerunde und wir sind nicht ganz alleine diesmal sind wir mal wieder zu zweit unterwegs hier und dann würde ich mal fast sagen ich hole mir mal ein paar Fackeln ich habe nicht kaum noch welche sehe ich gerade so äh übrigens ich habe wieder Diamanten wehe du du jetzt habe ich schon das Zeug da wehe du musst mir wieder die ganzen Diamanten kaputt machen wie da sind keine Diamanten drin wenn du mir die Diamanten klaust ich hau dich kaputt du Arsch du die Diamanten wieder rein so ähm ja was wollen wir denn diesmal machen ich wäre ja fast dafür wir gehen nochmal eine Runde rum dass ich erst einmal wieder also halt hier etwas Rohstofftechnisch zusammenbekomme wirst du die Baumplantage mal machen schnapp dir eine Schere und eine Axt die Schere wege am Laub ach du Scheiße was macht sie mir alle hier draußen ich glaube das muss man hier auch mal ein bisschen überarbeiten oder spawnen die einfach nur so blöd Schafe habe ich natürlich auch kaum welche kaum noch Schafe dafür habe ich einen Haufen Kühe so zwei Eier schmeißen wir mal wieder da ein bisschen zur Seite Nahrung brauchen brauche ich ja gerade nicht ich habe auf peaceful oder soll ich äh Mops einschalten schalten wir mal die Mops ein weil ich habe das letzte Mal Haufen gebaut und da ist es dann einfach blöd mit den Mops dann kommst du nicht so voran wie du willst ich tue jetzt erstmal die ganzen Felderchen hier ein bisschen machen ah die sind hier noch nicht ganz gewachsen ich glaube das habe ich das letzte Mal erst sogar gemacht die ganzen Felder mal ich weiß es gar nicht muss ich ehrlich sagen jup ich habe sie erst gemacht gut dann würde ich sagen was machen wir denn ich muss erstmal einen Happen essen oh 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 ah ich muss schnell niesen hey Nahrung haben wir auch mehr als genug also du kannst dich bedienen wo treibst du dich eigentlich gerade rum also Baumplantage okay äh ja schmeiße ich mal die Steaks hier zurück gebratene Schweinefleisch habe ich ohne Ende Cookies auch ähm ja ich schaue mal kurz in meine Liste ich schaue mal kurz in meine Liste was ich hier noch ein bisschen aufgeschrieben habe was was wollen wir denn anfangen also die Brücke wollen wir die Brücke zum Schloss machen wollen wir die Brücke zum Schloss machen oder wollen wir lieber die Berge hier hinten noch ein wenig abreißen äh äh meine Level sind mir gerade ein bisschen kostbar die ich habe ich bin gerade Level 44 aber die Brücke zum Schloss was wie habe ich mir das aufgeschrieben gehabt ich gucke nochmal nach was brauche ich denn also Stein brauche ich ähm Stein brauche ich und ein Haufen Zäune Stein brauche ich Stein brauche ich und ein Haufen Zäune also Holz Eichenholzstufen brauche ich ein paar nehme ich gleich mal ein paar mit ähm Stein brauche ich ich sage das zwar jetzt zum hundertsten Mal aber ich brauche Stein so machen wir einfach mal so zack 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 Stein werde ich einen Haufen brauchen dann füllen wir hier wieder auf damit das wieder schön automatisch einsortiert so und gut das können wir zum Schluss machen dann würde ich sagen gehen wir mal gehe ich jetzt mal hinter und fange mal an ich muss erst mal gucken von wo ich anfange ob ich von oben anfange oder von unten anfange ich glaube eher von unten vom Schloss aus wäre fast die bessere äh äh Möglichkeit oder von unten nach oben dann bauen rede mit mir ja na klar rede ich mit dir ich habe übrigens das Mikro jetzt wieder etwas näher zu mir hingestellt weil es ist zwar so ein bisschen am Schreibtisch blöd aber es ist naja so ich laufe jetzt erstmal da so und da hat er sich mal wieder schön verabschiedet da wollte er wieder nicht mehr also ich weiß nicht immer wenn ich hier im Laden das öffne dann will er einfach mal nicht mehr dann springt er mal ab und zu einfach raus miau was treibst du gerade? bäume eigentlich musst du nur ganz unten hin machen wir haben ja den Timbermod drin hm ich muss mit der Axt unten machen ja komisch keine Ahnung dann kann ich dir auch nichts sagen tut mir leid so das da hinten hat natürlich erstmal vier bis hier hinter laufen hat vier Essensbalken gekostet dann würde ich sagen schwimmen wir mal da rüber Charolivo schwimmen wir mal hier rüber na das an der Seite ist ja eigentlich auch ganz geil so mit dem abgeschnittenen da siehst du das so richtig als ob was soll ich sagen wie so eine Festung wirklich so dass keiner reinkommt da hast du erstmal so zwei sind das zwei oder drei Blöcke? ich glaube das sind drei Blöcke sogar über dem Wasser bevor es erstmal zur Seite geht da werde ich natürlich dann auch Wachen hinstellen mit Diamantrüstung und allem drum und dran deswegen brauche ich meine Diamanten zur Zeit auch das heißt na klar im Moment werde ich noch nicht gleich hier die Diamant äh die Rüstung mit Diamant herstellen die Leute mit Diamant herstellen aber dann so jetzt müssen wir erstmal hier rauf kommen mal gucken ich schau mal ne bei mir geht der Timbermod ha komisch ich fälle hier aber ein paar Bäumchen weil ich will nämlich hier hier ist doch irgendwo der Weg hier ist der Weg genau hier ist der Weg ja komisch hier ist der Weg so der geht durch den Schnee sieht man halt nicht so wie weit geht denn der Weg der geht bis hier okay würde ich sagen dann lassen wir den auch hier so vorlaufen dann haben wir das nicht hier ganz ganz gut so nach vorne den Weg das ganze angepasst und den Weg hier hinten das müssen wir halt später noch einfach mal so jetzt grob dann haben wir das ganz grob ganz grob ich will auch mal wieder auf Welterkundung gehen und alles auch mal wieder Lust was war das jetzt gut Kies haben wir natürlich jetzt keinen dabei aber das ist egal dann machen wir erst später hier den Weg klingt wie ein Bär aber ich sehe keinen Bär so dann tue ich erst mal einen Weg so grob vorröpfen Ups das erinnert mich gerade irgendwie an Bad Wars Ach ja mal eine Frage an euch wenn ihr mal Lust habt dass ich vielleicht irgendwo solche Bad Wars und alles auch noch aufnehme dann also ich zock das ja auch sehr gern selbst was war mir